So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Concrete Genie, in der Hoffnung, dass es der letzte Teil wird, denn ich denke, wir sind ziemlich am Schluss. Ich kann dir helfen! Halt nur still! Dann wollen wir mal schauen, wie diese Sache hier ausgehen wird. Okay, das Blatt wendet sich. Ich habe es geschafft, zwei weitere Djinns von der Finsternis zu befreien und sie haben daraufhin Chuck und Genie aus ihren Albtraumgemälden befreit. Aber es sieht so aus, als wären mehr dieser Monster unten in den Kanälen, wo auch Bea ist. Dort müssen wir als nächstes hin. Ich glaube, das Blatt wendet sich langsam, aber ich habe auch das Gefühl, dass noch alles offen ist. Wo bist du hin? Okay, los geht's! Ich bin so im kleinen Areal, muss ich kämpfe, Alter. Geht's noch? Es ist okay. Ich werde dir helfen. Janie, ich brauche Hilfe. Okay, hier bringt anscheinend vorher nix. Das war knapp. Geht der Zeit, Chuck! Ich muss sie da raus holen. Ich will dir helfen. Ich würde dich über Hilfe freuen. Ich hab zu festergov. Ich werde dir helfen. Ich werde mich überlegen. posteroang es so wollen. Okay, sind schon wieder zwei unterwegs. Shit. War hier noch einer? Nö. Wo bist du? Ich könnte Hilfe brauchen. Hallo, jemand da? Wo versteckst du dich? Hä, wo sind die denn? Ach, hier geht's auch lang. Ich kann dir helfen. Chuck, bist du hier? Es tut weh. Hey, unser Feuer. Das hat ihn erwischt. Ich kann dir halten. Etwas Hilfe, Janie. Wir haben einen... Chuck. Wo bist du hin? Zähl mal. Ach, mal langsam. Chuck, waren wir bereit? Langsamer. Okay, das hat weh getan. Oh man, das gefällt dir gar nicht. Hey. Janie. 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 Hey. Wo ist das Feuer? Wir haben ihn jetzt. Feuer. Es wird mich über Hilfe freuen. Wir haben ihn eingefroren. Ja, ich habe aber noch keine Superfarbe. Das. Ich habe mich über den Mund. Ich bin mir nicht mehr. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Das war's. Ihr leuchtet in die verkehrte Richtung, ne, ihr Spackos? Die leuchten in die verkehrte Richtung, die scheiß Penne. Was soll denn die Kacke? Oh Gott, ich hoffe, ich muss jetzt nicht von ganz vorne anfangen. Ich weiß, dass du nicht du selbst bist. Dieser Zeitschark! Ich darf nicht zurück, wo du herkommst. Kann mir jemand helfen? Hey Kumpel, nicht so groß! Das hat ihn erwischt! Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich weiß nicht, wie du siehst. Komm schon, das meinst du nicht ernst, oder? Jetzt leuchtet doch, Mann! Chuck, bist du hier? Statt sich immer zu verkriechen, soll jemand leuchten. Hallo, jemand da? Ist immer! Das ist immer! Da ist immer. Ah! 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 Wahrum, leuchtet! Ich würde dich über Hilfe freuen. Oh! Noch einer weniger! Oh! Weg da, weg da, weg da! Leuchten, leuchten, leuchten. Janie, ich brauche Hilfe. Ich muss auf Abstand bleiben. Ja, witzig bei der kleinen Arena. Wir sollen jetzt gehen. Etwas Hilfe, Janie! Janie? Bist du hier? Tut! Die alten Fläge! Chuck! Wo fährst du hin? Dann runter. Das hat ihn erwischt! No, no, no. Geh doch da weg! Geh doch da weg! Okay, das ist ein bisschen weh. Ich kann hier nicht schlafen. Setz endlich den Zuppen an! Ich könnte Hilfe brauchen. Schnell! Er steckt richtig fest. Er erwischt! Janie! Ich brauche Hilfe! Das hat ihn erwischt! Das hat ihn erwischt! Gott! Ich biß dich auf, immer wiederifinościere Kansage RI även! Ich lebe… Da war ich zum purchase oder mal bekämpft, in meinem Life 다음! Ich biß auf Antrieb! Ist ja gut話! Schnell aber dann remediert! Ich komme hierymännere Mischung! Du spötest bekämpflich! Good guck! Wo hast du dich also indem du daran verlebt hast? Oh Gott! Ich könnte Hilfe brauchen. Ja, wir müssen diese Scheiße ein bisschen schneller aufladen, wenn wir fliegen. Chuck, bist du hier? Meck da, meck da, meck da. Kann mir jemand helfen? Ich würde mich über Hilfe freuen. Er steckt richtig fest. Janie, bist du hier? Komm nie wieder. Chuck, bist du hier? Kann mir jemand helfen? Hey! Wo ist das Feuer? Wir haben ihn! Wir testen! Vorerst! Oh! 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 Wir haben Hilfe, Janie! Wir können ihn nicht lange halten! Wir können ihn nicht lange halten, ey! Janie, ich brauche Hilfe! Oh man, das gefällt ihm gar nicht. Ich könnte Hilfe brauchen. Oh! 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 Weg von mir! Richtig fest! Janie? Bist du hier? Wo ist das Feuer? Ich würde mich über Hilfe freuen. Nicht lange halten! So viel dazu. Chuck, wo bist du hin? Okay, endlich. Janie, ich brauche Hilfe. Okay, schön langsam. Oh, nicht zu schnell. Wir können ihn nicht lange halten, Ash. Jetzt bist du wieder lieb. Janie, bist du hier? Vorerst zumindest. Ich werde dir nicht wehtun. Ich habe ihn keine Angst. Alles wieder okay? Okay, lass uns Bee holen. Okay, ich hoffe, das war's jetzt an Kämpfe. Ja. Aber ich vermute, dass da noch irgendwie ein großer Buskampf kommt. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich fühle. Ich fühle. Ich fühle. Ich fühle. Ja klar, den habe ich ja total vergessen. Nein! Vorsicht! Es ist wieder da! Es hat Ash! Es ist wieder da. Es ist wieder da. Nein! Es ist wieder da. Es ist wieder da. Nein! Oh Mann, sie steckt da immer noch drin fest. Wie sollen wir sie da bloß rauskriegen? Kannst du sie da rausholen? Nein. Ohne mein Skizzenbuch kann ich gar nicht malen. Und ohne diese Djinns... Hm. 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 Allein im Allerein ruiniert. Oh Mann, was ist mit dem Leuchtturm passiert? Na toll. Wie soll ich denn da rüber... Neuland, Ratte! Willst du mit? Mach schon, Zack! Na los, Bruderherz! Meine Arme fühlen sich an wie Spaghetti. Sie sehen auch aus wie Spaghetti. Sehr dünne Spaghetti. Halt's Maul! Kommt schon, Leute! Ah, Moment! Die haben wir unterwegs gefunden. Die willst du sicher zurückhaben. Danke! Oh Mann! Oh Mann! Okay, Kapitel 6, das Finale. Gut. Dann würde ich sagen, ich mache hier einen letzten Cut. Und dann sehen wir hoffentlich im nächsten Part wirklich das Finale. Also bis dahin, bye bye! Ich bin. Wim. Das war schon. Das war schon.